Ich habe eine Frage. Grüezi. Haben Sie 100.000 für eine Medikamentfahrung? Nein, ich eben auch nicht. Finden Sie das gut, dass das Zweiklasse... Ehrlich? Das fände ich aber supercool. Sehr geil. 100.000 habe ich leider nicht. Ja, das habe ich eben auch nicht. Was findest du, dass die Pharmaindustrie so Fantasiepreise macht? Also es ist ja so, dass zum Beispiel bei einer Krebsdiagnose kann das sein, dass du Medikamente überkommst, die bis zu 100.000 kosten. Ist es nicht so, dass die Pharmaindustrie so eine Monopolstellung hat? Richtig, ja genau. Und der Bund kennt dich da mit einer Zwangslizenz dagegen an. Ja, danke für das Aufmerksam machen. Ja, ich danke dir für die Unterschrift. Schönen Nachmittag. Danke.